Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zu einem kleinen Update zum gerade aktuellen StarCraft 2 Turnier. Ihr seht hier vor euch den Turnierplan und ich wollte ihn einfach ganz kurz durchgehen, da wir die Halbzeit jetzt knapp überschritten haben. Einfach so, damit ihr den aktuellen Stand seht. Ich meine jederzeit kann selber, äh jederzeit kann jeder, nein andersrum, jeder kann jederzeit selber reingucken. Aber trotzdem, ich fühle es irgendwie so offizieller, wenn ich es euch nochmal kurz vorlese. Achtelfinale, Runde 1, Big Bro gegen Mr. Gabriel 2 zu 0 gewonnen und somit ist Big Bro im Viertelfinale. Big Bro wartet noch auf seinen Gegner, Space Cow und Baumfeller haben noch nicht gespielt. Ich würde euch bitten, ihr zwei, dass ihr das so langsam hinkriegt, das Turnier ist schon in der zweiten Woche und Big Bro wartet sicherlich schon sehnsüchtig auf seinen Gegner. Falls ihr Probleme habt, euch abzusprechen mit Terminen, könnt ihr euch gerne an mich wenden über YouTube PN und ich gebe euch dann jeweils den YouTube Namen des anderen Spielers, damit ihr euch gegenseitig PNs schreiben könnt. Dann könnt ihr eine Uhrzeit vereinbaren, ein Datum, was auch immer. Okay, dann Haschkeks gegen Klün, 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 Haschkeks 2 zu 1, wobei 1 zu 1 eigentlich, ich glaube Klün, Klün musste ausscheiden, wegen privaten Gründen und hat deshalb den einen Punkt an Haschkeks gegeben. Und damit ist Haschkeks im Viertelfinale, spielt gegen Keksdose. Keksdose konnte sich behaupten gegen Sturmköder 2 zu 0. Richtig, richtig krass. Irgendwie lustig, dass der Haschkeks gegen die Keksdose spielt. Hat irgendwie was. Okay, weiter. Wir haben leider hier Freispiel, Freispiel, weil Sandoros ausgeschieden ist, auch aus familiären, privaten Gründen. Deshalb steht auch Hayaku, der sich gegen Lenzu durchsetzen konnte, schon im Halbfinale und wartet dort sehnsüchtig auf seinen Gegner. Dann Black T-Fan gegen Moonboon. Black T-Fan hat mich weggefegt, was soll ich sagen, ich konnte nichts tun. Und er steht jetzt schon im Viertelfinale gegen Hades. Hades konnte sich gegen Priestrix durchsetzen. Das epische Duell zwischen Himmel und Hölle, Hades gegen den Priestrix. Und die Hölle hat gewonnen, kein gutes Zeichen. Und Hades spielt jetzt eben gegen Black T-Fan im Viertelfinale. Das ist der aktuelle Stand, meine lieben Freunde. Ich würde euch alle bitten, langsam zum Ende zu kommen, eure Spiele zu spielen. Je früher die Sache durch ist, desto früher kann ich anfangen zu casten, die ersten Games auf meinen Channel online zu stellen. Denn, wie ihr ja sicherlich noch wisst, habe ich nur noch diese Woche Urlaub. Deshalb haben wir auch dieses Turnier jetzt in der Zeit gemacht. Von daher nutzt die Zeit, die ihr jetzt noch habt. Zieht es durch und es gilt für alle, falls ihr Probleme habt, meldet euch bei mir über YouTube.pn. Und ich gebe euch die pn, beziehungsweise den YouTube-Namen eures Gegners, damit ihr euch verabreden könnt. Okay, das war's von mir. Viel Glück weiterhin im Turnier. Ich drücke euch allen die Daumen und bin gespannt aufs Finale. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao. 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 Ciao.